Die Firma Gebrüder Binder GmbH in Nehenstetten bei Langenau zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. Wir liefern weltweit in über 42 Länder jährlich mehr als 8000 verschiedene Artikel. Mehr als 500 Mitarbeiter. 750.000 Teile pro Tag. Wir suchen Dich. Als stark wachsendes Unternehmen setzen wir gezielt auf Auszubildende und deren Förderung. Zur Projektrealisierung verwenden wir die neuesten CAD-Programme. Schon während der Lehrzeit werden unsere Auszubildenden an ihre späteren Aufgaben herangeführt. Auch große Aufgaben gehören zu unserem täglichen Geschäft. Mit modernsten Anlagen und Prüfeinrichtungen fertigen und kontrollieren wir unsere Bauteile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Firma Gebrüder Binder GmbH in Nehenstetten bei Langenau zählt. Die Firma Gebrüder BinderNI Die Firma Gebrüder Binder GmbH in Nehenstetten bei Langenau zählt. verschiedener Materialien. Mit einer Fläche von insgesamt 45.000 Quadratmetern bewegen wir täglich ca. 750.000 Teile, was ungefähr einem Volumen von 10 vollen LKWs entspricht. In unseren Versandbüros arbeiten wir mit modernster Technik und empfangen Bestellungen der Kunden über Datenfernübertragung des ganzen Erdballs. Durch unser innovatives Stapler-Leitsystem und der damit verbundenen optimalen Lagerorganisation werden die Prozesse automatisch überwacht und geplant. Unser Hochregal hat eine Höhe von 10 Metern und fast 8.118 Stellplätze für Gitterboxen. Das daran angeschlossene Blocklager fasst weitere 4.000 Gitterboxen. Bewerb dich jetzt!